So, Hallihallo ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft, Wrath of the Lake Gang Classic in der Version 3.4.1. Wir sind hier in der Drachenhöhle in Nordend und sind hier am Außenposten oder Vorposten der Corcoran. Wir sind hier bei Sauerfang, der Jüngere und haben hier die Quest-Audienz bei der Drachenkönigin. Geht zum Würmruhtempel in der Drachenhöhle und sucht Alex Drasser, die Lebensbinderin, auf. Das werden wir mal machen. Dafür werden wir hier zum Windreitmeister. Und fliegen zum Würmruhtempel. Und fliegen zum Würmruhtempel. So, jetzt sind wir gleich angekommen. Da ist er ja schon, der Würmruhtempel. Müssen wir natürlich noch nach oben fliegen. So. Und wir bekommen 2.100 Erfahrungen für die Quest-Audienz bei der Drachenkönigin. Und damit ist diese Quest auch abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet auch gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt hier im YouTube-Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.